Ja, dann nochmal und hoffentlich diesmal mit mehr als das Faktor. Ich schätze das ist nicht ohne Grund so gemacht, dass man hier ewig viel Blots hat zum Auslaufen. Und anders gehen. Das ist ja ganz großartig. Das war nicht mein Entschuldigung, Mann. Boah, hier ist ein lecker Wettermord. Boah, hier ist ein lecker Wettermord. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020